noch gerne noch so was für mich machen definitiv und ich muss dann noch duschen wenn du stirbst dann geister bitte wieder bei mir rum ich will auch mal rum geistern auch die letzte runde für mich auch hier muss ich erst mal was machen cool man hat mich mitten in den ding abgesetzt faulheit wird hier voll unterstützt die warte ich muss meteoriten abknallen meteorite und so knallen wir meteoriten ab so da war es weg meteoriten und so das geht nicht ich bin ganz doch gar nicht weil ich das letzte war imposter war und ich war imposter jetzt stimmt was nicht wenn du dabei bist das ist eine gießkanne ja ich weiß das ist eine gießkanne hä wo ist er hin er ist weggelaufen ok ok die 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 zack 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 mario 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 leute 1,5 meter ja ich habe eine maske auf ich darf das ich habe eine maske wo ich überhaupt hin doch ich muss hierhin cool ich liebe steine ist irgendjemand hier ich glaube da kommt hier was na egal da ist er jetzt draußen ich habe es gesehen dass ich wusste dass er gestorben ist der einzigste der oben in reaktor war jackson ich habe niemand getötet verdammt also ich habe gerade mal schwänze geredet deswegen wir können es nicht gewesen sein schön und lang mein schwanz ist und so flauschig und ich habe gesagt kalusche ist im poster weil er hat an einer meteoroidtask nämlich rumgestanden und nichts gemacht das ist normal du musst auch 20 meteoriten ja aber nicht in der kurzen zeit der stand da vielleicht zwei sekunden und ich weiß du brauchst du dich hast mindestens sieben bis acht sekunden aber wenn man davor die taske macht dann kommt der tod und dann geht man halt nochmal dahin macht die restlichen zwei genau dann kann es durchaus sein dass da nur einer gefehlt hat oder so aber das weiß ich natürlich nicht also ich gehe davon aus dass es jackson ist weil jackson der einzigste war der oben in reaktor war und mir jetzt stand und jetzt wurde er unten getötet keiner kam uns entgegen martin und also prophet und meli du redest wird das so viel aber ja aber wir wollen doch alle noch einen haufen gemerkt man zu verdecken hat umso mehr redet man nein wir haben die ganze zeit zusammen gelaufen wir sind hand in hand gemeinsam gelaufen steven ist unser inspektor gadget unser chinichi kudor in ausbildung weißt du bist du auch einer von den männern in schwarz ja ich denke mal immer öfter meli ey äh achso oh ja achso nils geister mal bitte bei uns beiden rum jetzt bei steve los hier ich glaube das geht nicht ich glaube das geht nicht das geht nur bei den impostern und dadurch dass es eine imposterwahl nein martin konnte mich bald auch hören ja und wer zum teufel hat mich gewartet alter hallo kannst du mich hören ich höre jetzt nicht oh ja halt haben uns nicht schon äh wir können jetzt nicht ich spuke sei verflucht sei verflucht ach das ging schnell sei verflucht sei verwas nein ich muss ja noch trust machen egal sei verflucht ich weiß nicht sei verflucht und es ist keine lusche definitiv nils ich bin hinter dir nils wo bist du ich bin hinter dir weißt du was ich bin hinter dir nils hier in dir nils das klingt pervers danke ich bin in dir ne ich bin hinter dir jetzt bin ich in dir ich bin nicht vor dir jetzt bin ich durch die tür laufen so hättest du mich mal getötet aber du bist es leider nicht aber du bist es leider nicht du bist tot du bist tot du bist tot vor allem ich hab die ganze Zeit so gesagt ja ich bin hinter dir ich bin vor dir ich hab dich leider nicht gehört ich bin in dir ich bin in dir er hat mir das neue Impostor komm wir fucken den jetzt ab oh ja wer dich getötet hat wir verfluchen ihn ja uuuu 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 wir verfluchen dich uuuu 1000 Jahre böses juju uuuu uuuu what the fuck ich bin mir ziemlich sicher dass es die Bohrer weil der ist hier grad in der Cafeteria reingerannt und aber ich hab ihn nicht mehr gesehen gehabt und das ist unten bei der Story Meli vergiss nicht deine Aufgaben zu machen warte mal warte mal warte mal Meli ist tot uuuu achso ihre Stimme hat gefehlt ja ja es ist zwar komisch ruhig ja aber wer hat sich denn bitte gelegen ja keine ahnung sprich zu uns auf dem jenseits schreibe in das buch wenn du kannst also er war es nicht so oft ohne probleme können genau und wir waren gerade auch mal zusammen unterwegs was das einfällt ich hoffe ich hätte mich auch schon öfters ich sie können aber ich muss sagen bei steven kann es auch manchmal sein gebe ich auch ganz ehrlich zu finden wirst du selber dass du mich manchmal mit absichtlich von dir abzulenken ist es jetzt keine unterstellung nein ich gebe jetzt auch erst mal kann man sieht sich jetzt kannst du mit mili geistern besucht mit uns rumspucken hast du uns gar nicht gehört hast du uns gar nicht gehört dass wir rumgegeistert sind das hat spaß gemacht 1000 jahre böses juli los stirbt stirbt dann können wir gemeinsam mit geister party machen wir holen was du gesagt hast akustisch vac ist ja halt auch hier lang wollte erschuldigung dass ich dann gleich nach unten gehe hi ja Ja, wow. Los, jemand muss Steven töten. Töten, 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 töten. Töte den. Moment, muss ich überhaupt noch was machen? Nein. Sauerstoff ist nur alle. jetzt nicht mehr so kann ich immer aufhören mich zu unterbrechen mit diesem scheiß puzzle spiel aber es kann doch aber auch nicht mal viel fehlen wir haben sie besessen wir haben wir haben die monitor besessen wenn wir drin sind sind wir damit 1 blinken blinken macht spaß so mal sehen ob wir noch irgendwo welche tote für das jenseits sind der ist tot wer schleicht sich bei mir an nein guckt über diesen kleinen hamster an hallo doch nicht antwort hast du mich voll als geist gehört dein hamster liegt doch hinten da wo du getötet worden bis ab meine hund licht auch irgendwo in kann ich mal endlich sieben töten moment ich habe vergessen tats zu machen ich bin so dumm es hat so spaß gemacht druck zugeistern also ich bin fertig wo ist startrampe ach so am anfang ganz am anfang auf geht's dann habe ich alles erfüllt da haben wir gewonnen weiß nicht ob da ein toten nein 3,2,1 oh ja äh 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 Jackson das wusste ich Mann wieso hat sich keiner getötet Steven ich war einfach weg weil ich wusste dass er es ist und ich irgendwie wegrennen musste so lustig gerade ja und du Medi mit deiner scheiß Stimme geh Medi auf den Sack aber eine Runde müssen wir leider noch Leute eine müssen wir noch äh äh da will wer unbedingt im Kurs sein wer fehlt denn jetzt hier E.ON ich bin hier oh das ist immer so geil das ist übelst geil echt ja ich bin dann auch raus auf wiedersehen auf wiedersehen super lustig müssen wir nächste Woche wiederholen oh Moment nächste Woche ist doch ne nächste Woche geht nicht das muttertag hab ich vielleicht nicht da ja mal gucken äh 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 äh